Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express den Shoe X-Pirate 3 vorstellen, der im nicht deutschsprachigen Raum auch als X-14 geführt wird. Einen Helm, der von Rennfahrern wirklich schon erprobt ist, muss man sagen. Marc Marquez, also mein Namensvetter fährt ihn und auch Bradley Smith. Und das hier ist die Variante von, na klar, von meinem Namensvetter wieder, und zwar die Amerikas-Variante, die so ein bisschen hier mit Holzbalken quasi Optik kommt. Und das sieht alles aus wie gestrichenes Holz, auch seine Signalfarben, generell natürlich die Anspielung einfach auf die Amerika-Flagge, mit den Sternen, mit dem Absetzten hier in blau und natürlich auch das Logo seines Hauptsponsors, Pulle und Bier. Und hier hinten nochmal Marc Marquez und das Rodeo, den Rodeo-Schriftzug. Die Außenschale dieses Helms bezeichnet Shoei als seine beste, als seine sicherste, flexibelste. Und das ist eine Elmschale, die ist aus sechslagigem Fiberglas in Kombination mit organischen Fasern, das den Helm einfach sehr flexibel macht, beziehungsweise die Ausschale sehr flexibel macht, die die Energie im Fall eines Unfalls auf eine möglichst große Fläche verteilt, sodass die darunterliegende Polystyrol-Kalotte, die die eigentliche Dämpfwirkung hat, also quasi der Styroporkern vereinfacht gesagt, dass die möglichst gut ihre Aufgabe machen kann, damit ihr wiederum möglichst gut geschützt seid. Also, dieser Helm, der natürlich sehr puristisch ist, geile, langgezogene Silhouette und auch den Spoiler hat man nochmal neu entwickelt, der ist natürlich ausgelegt für eine sportliche Sitzposition. Ihr könnt ihn also auch bei einem Naked Bike sehr gut tragen und da kommt er mindestens genauso gut zur Geltung, denn bei höheren Geschwindigkeiten habt ihr eben nicht das Windschild, was euch noch schützt, sondern ihr seid direkt im Wind und da spielt einfach der aerodynamische Faktor eines Helms eine sehr große Rolle meines Erachtens. Und damit kann er einfach punkten, wenn ihr dann eben euch möglichst flach auf eurem Motorrad kauert. Denn wir haben hier einen stabilen Helm, der im Windkanal entwickelt wurde, kein Auftrieb, kein Pendeln, also wirklich ein gutes Ding. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine abgespeckte Variante, also ein integriertes Sonnenvisier haben wir hier nicht, wir haben hier keine Bluetooth-Vorbereitung. Wir haben dennoch ein großes Max Vision Pinlock-Visier, das heißt also auch bei kalten Witterungsverhältnissen beschlägt der nicht oder nur sehr, sehr wenig. Wir schauen einmal rein in den Helm und wie wir es von Shoei kennen, also die Mechanik läuft wirklich super. Wir können das Visier natürlich auch austauschen ohne Werkzeug und einfach ein klares Visier gegen ein getöntes oder ein verspiegeltes Visier tauschen, was dem Helm optisch natürlich sehr gut stehen würde. Generell das Visier verhältnismäßig dick und das werden wir auch in der Zukunft immer mehr bei Helmen sehen, denn das ist einfach Vorgabe auch für die neue Helmprüfnorm ECE 2206, dass die Visiere dicker werden. Und bei diesen Rennvisieren ist es eben auch schon in der Vergangenheit wichtig gewesen, dass man ein relativ dickes Visier hat, was auch dann eben mal einen Steinschlag abkann, ohne gleich zu splittern. Wir machen das wieder zu und haben hier nochmal die Vorbereitung für die Abreißvisiere. Hört ihr das? Also da könnt ihr das dran montieren, wenn dann der Bedarf besteht. Schauen wir einmal hinein in den Helm. Hier der Doppel-D-Ring-Verschluss, der ebenfalls nochmal eine Vorgabe ist, um den Helm auf der Rennstrecke nutzen zu können. Hier die beiden Bänder für das EQRS, also das Emergency Quick Release System von Shoei. Wenn wir daran ziehen würden, würde sich das Innenfutter rauslösen und ein verunfallter Fahrer könnte ohne weitere Blessuren vom Helm befreit werden. Innenfutter ist herausnehmbar und waschbar. Das ist ein mehrlagiges Innenfutter, was sich über die Jahre lange nicht so stark setzen wird wie bei günstigeren Helmen, sondern wir haben hier auch auf längere Sicht eine sehr gute Passform, 3D geformt und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Wie gesagt, keine Vorbereitung für ein Bluetooth-Intercom. Man kann natürlich auch Drittanbietergeräte wie hier die Senas sehr gut anbauen, sodass wenn ihr ihn einfach im Alltag nutzen wollt, dann ist das durchaus möglich. Das Innenfutter trocknet zweimal schneller als Lylon und hat zudem beim Aufnehmen eurer Feuchtigkeit vom Gesicht eine kühlende Wirkung, was im Sommer sehr, sehr schön ist oder wenn ihr wirklich das Ding auf der Rennstrecke einsetzt. Wenn ich euch für den Shoei X-Pirate 3 begeistern konnte, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß damit. Euch allen wünsche ich eine gute und vor allem unverfreie Motorrad-Saison. Passt auf, ihr auch. Bis dahin. Ciao.